hallo und herzlich willkommen zurück zur 141 bogen folge kurz mal eine kleine information ich werde jetzt erstmal mit der bogen folge ein bisschen sommerpause machen was ja auch denke ich mal ganz okay ist beziehungsweise ich kriege auch keine einsendung mehr also ihr könnt auf jeden fall irgendwann nochmal einsendung schicken kann sagen hey ich möchte auf jeden fall gerne in die bogen folgen kommen die macht aber erst mal ein bisschen sommerpause ich denke man wird dann im spätesten herbst oder im winter irgendwann weitergehen wenn die leute auch wieder motivierter sind zu spielen und dann wenn auch mehr einsendungen kommen natürlich wenn der 20 einsendungen schickt werde ich jetzt trotzdem erst später weitermachen weil ich denke man einfach ein bisschen mal pause von dem format ist man auch mal ganz angenehm ständig bogen anzugucken geht mir irgendwann auch so ein bisschen auf den sack einfach ja ist das format ist ständig immer wieder das gleiche also es passiert ja nichts es ist einfach nur ein bogen angucken natürlich klar für manche leute das hilfe von anderen leute zum beispiel nicht andere wollten wollen einfach nur flexen aber ich darf jetzt zum beispiel auch schon wieder bei den beiden leuten alles machen also stoppuhr läuft nicht lang schnacken kopf in ja was auch immer da wir uns beides machen ich glaube darf alles machen jung ich bin eh noch in der taube aber ich möchte auf jeden fall deine hb spionieren glaube ich hb spionieren das mache ich jetzt einfach mal kramplätze müssen verdichtet sein irgendwie so ein bisschen nach kraut und ruhm gebaut feier ich auf jeden fall ich würde auf jeden fall hier noch ein bisschen deko rein stellen dann natürlich auch noch die ganzen türme hier die du noch nicht ausgebaut das würde ich definitiv auch höher bauen und so ein bisschen probieren ein bisschen ordnung reinzukriegen dass auf jeden fall auch weißt wie viele farmhäuser habe ich hier wie viele dings habe ich hier und so das alles so ein bisschen strukturiert hat vielleicht alles so zusammenzustellen und dann kannst auch vom plan her gucken wie das alles zusammengestellt ist und dann würde ich einfach so rechteckig bezüglich immer so in so ein ecken irgendwie probieren zu bauen und dann könntest du vielleicht auch noch ein bisschen mehr da rein stellen und ja dann passt auch alles ein bisschen und natürlich die türme hoch bauen leider ist hier kein wachturm drin naja die letzte folge wäre ja nicht ohne den einspieler wo ist dein wachturm wo ist dein wachturm Baby du hat keinen wachturm wo ist dein wachturm Baby tu hast keinen wachturm wo ist dein wachturm wo ist dein wachturm Baby du hast keinen wachturm yeah Vorragend Genau so sollte das sein Genau so sollte das sein Du bist in level 36 Dann geht natürlich noch nicht so wirklich viel Aber Spio Let's do it, die Spiomoster, die Spiomoster, okay, der Burgvorkt, ich denke, wir haben das einfach nur zusammengebaut, weil, äh, Hauptsache Burgvorkt irgendwie hat da reingeknallt, so ungefähr, denke ich mir halt einfach mal. Okay, hier kannst du natürlich noch super viel machen, hier kannst du natürlich auch noch mehr Farmhäuser natürlich reinbauen, ich würde Holzproduktion, würde ich da gar nicht erst reinbauen, würde ich da wirklich rauslassen, eher mich halt auf die Nahrungsproduktion wirklich fixieren, die Mühle hoch, die Fläche erweitern und alles andere wirklich weiter ausbauen und hier überall auch noch Deko reinstellen. Wachhaus empfehle ich auf gar keinen Fall, kannst du natürlich machen, wenn du sagst, oh, ich möchte gerne ein Wachhaus haben, bitte, aber man kann nicht sowieso mit einem Wachhaus, das macht gar keinen Sinn, so ungefähr, lieber ein Wachturm, das macht deutlich mehr Sinn. Jetzt irgendwer fragt, aber Ektu, er hat doch noch gar nicht Honigproduktion, ja, wir sind Level 36, deswegen, das geht noch nicht. So, hier die ganzen Türme, siehst du die alle, die kannst du alle super schnell hochbauen, würde die auch alle direkt hochbauen, die Mauer kannst du hochbauen, Deko reinstellen und mehr Farmhäuser und natürlich auch die Holzproduktion direkt raus damit, raus damit, einfach wäsch damit. Hier, genau der gleiche Rotz, von daher, glaube ich, brauche ich das nicht nochmal wieder zu wiederholen, könnte ich natürlich tun, aber wer möchte denn sowas? So, im grünen Hui, in der Welt, in Fui, wie sieht's hier aus? Wie heißt die, die Kälte, die Kälte, ja, wuuuuh, Trockenlager bringt dir noch gar nichts, raus damit. Natürlich, wenn du sagst, oh, wo soll ich vom Questenbuch bauen, ja, geil. Denn, bau es vom Questenbuch, reiß es wieder ab und fertig. Mühle, bau die auf jeden Fall hoch, das bringt auf jeden Fall was. Verteidigungswerkstatt, äh, 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 raus damit, würde ich ganz ehrlich sagen. Und dann natürlich auch noch hier, Mauer, Tor, Turm und so weiter, alles natürlich auch weiterhin hochbauen. Yay, das war's auf jeden Fall schon mal vom ersten Kandidaten. Das ganze Leben ist ein Spiel und wir sind nur die Kandidaten. Yay. Auf mal zum nächsten Kandidaten, der Sir Duke, der Sir Duke, der Sir Duke. Ganz witzig zum Sir Duke, da gibt's jetzt auch noch ein bisschen Run-Story, die können wir auch noch mal so ein bisschen mit so erzählen. Der Sir Duke, falls ihn jemanden nicht kennt, der Sir Duke hat ja vorher noch gespielt, bei den Rächern ODL bezüglich nachher, nur bei den ODL bezüglich auch nur bei der, die Lotus, der, die, das, Lotus, egal. Auf jeden Fall war er da König und es war ja so, dass ich bin da ja hingegangen und war ja, also von den, von den Genius 2 aus bin ich da ja hing und da hieß ja noch Rächer ODL. Dann hat er ja zum Beispiel irgendwann inzwischen durch gesagt, dass er, denke ich mal, keinen Bock mehr hat zu spielen und dann haben sich ja die, die Rächer ODL von den Rächern getrennt. Und wir durften dann ein bisschen halt entscheiden, wollen wir halt mit, zu den Rächern WB halt wechseln oder nicht. Die Rächer hat mich dann halt irgendwann aus ihrem Discord rausgekickt, da dachte ich mir, okay, dann wollen sie mich halt einfach nicht haben. Und bin ja dann irgendwo anders hin gewechselt, weil, bei den Lotus zu bleiben, wenn er sagt, er möchte nicht mal wirklich spielen oder sowas, macht das halt wenig Sinn. So, was haben wir hier jetzt? Er hat mir letztens angeschrieben, hat er, hey, ich spiel doch wieder so. Jetzt spielt er bei Warside 6 crazy. Das ist mir alles ein bisschen crazy, mal ganz ehrlich. Sir Duke. Oder sollte ich sagen? Sascha. Ja, das ist, das ist einfach, nee. Erst aufhören, dann nicht aufhören, dann doch wieder aufhören, dann keine Ahnung was, dann wieder weiterspielen. Ach ja, dann hätten wir auch bei den, dann hätte ich einfach auch bei den, bei den Rächern ODL bleiben können. Zwischen, dann hätten die auch im Rächer Klan bleiben können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also so ganz, der Rächer Klan hat mir nicht so ganz wirklich zugesagt. Ares finde ich da schon ein bisschen chilliger, Ares ist wirklich ein bisschen chilliger, Ares ist chilliger einfach. Ich kann jedem echt nur Ares empfehlen, wenn ihr irgendwo hingehen wollt, geht zu Ares, Ares ist chillig. Und der ist Ektor Wolle, ihr könnt den ganzen Tag über auf den Sack gehen. Dann gehen wir auf jeden Fall gleich auf Ares, nee, 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 erst mal spielen wir einen, okay. Den, den spielen wir auf jeden Fall erstmal. Den spielen wir, wir nehmen die Hauptbruch spionieren. Die Hauptbruch kann ja jeder spionieren. Wollt gleich schon mal wieder mal nach der Aufstellung gucken. Okay, beim letzten Mal hab ich mich hier mal verguckt mit dem Innenhof. Sorry, schon mal an dieser Stelle. Aber hier nur 74 anstelle, dass du 80 haben hättest können. Was ist da los? Na gut, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal rein. Übrigens Warside 6 Crazy ist da glaube ich auch irgendwie, die sind irgendwie auch mit irgendjemand zusammen. Tüdet oder so. Ich glaube, du hast ja irgendwann alles auch, du warst auch schon mal in der Bogenfolge dabei. Ich hab jetzt aber keinen Bock mehr nachzusuchen. Wie gesagt, die Bogenfolge geht danach sowieso in die Pause. Also von daher, ach scheiße auf die Scheiß, äh scheiß nicht, äh gut. Nicht auf die Scheiß Reaction, aber scheiße einfach auf die Reaction so ungefähr. Mann, ich weiß noch gar nicht mehr welche Folge drin, was ist immer das andere Problem. Äh, falls du über, warst du, ach ist auch wurscht. So, okay, hat sich hier auf jeden Fall, denke ich mal auch schon, also, bist schon gut ausgebaut. Hast hier auf jeden Fall schon Turm 6, das ist schon mal sehr nice. Ganz, ganz viele Bienenhäuser hier natürlich drin. Also Mähproduktion ist auf jeden Fall safe dabei. Brauerei auf 14, wer ist anders gedacht. Legendenhalle auf 550. Du bist jetzt schon auf 842. Das bedeutet, bald bist du auch schon bei 950, also circa noch 100 Level. Und dann hier natürlich auch die ganzen Kornspeicher sind natürlich auch alle vorhanden. Und sind auch alle auf 30. Sehr, sehr viel Deko, natürlich, da habe ich auch gekauft, die Deko mit dabei. Und daher ist auf jeden Fall auch ein bisschen Geld mit ins Land geschwommen. Geschwommen, geflossen, whatever. Hier ist der Wachtturm auch auf 10, das ist sehr schön. Hier auch Deko, natürlich Deko, 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 Deko. Äh, da, 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 Trutzburg, warum Trutzburg 5? Okay, vielleicht, weil du eine Zeit lang halt, äh, ja, weniger gespielt hast. Könnte das vielleicht sogar sein. Und eine Brauerei, war da auch schon drin. Yay, eine Brauerei. Oh, hier auch Deko, 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 gekaufte Deko, 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 Deko. Ja, ich darf das. Habe ich gerade eben schon mal erwähnt. Ich darf aber auf jeden Fall hier so kurz bei 5. Dann gehören, ah was. Green ist ja auf jeden Fall auf 6. Wachtturm ist da, Stellung, soll die auch da sein. Bäckerei auf jeden Fall auch. Hoffe ich mir einfach mal, äh, Bäckerei ist da. Okay, ja, alles gut. Man sieht, irgendwann ist das Format echt ausgelutscht, so ungefähr. Aber das Format war auch schon vor 20 Folgen ausgelutscht. Aber, meh. Obwohl, ich kann jetzt mittlerweile jetzt auch schon wieder Memes irgendwie reintun. Obwohl, erst seit dem 1.8. gibt es da, wird es auf jeden Fall ein Upload-Filter geben. Außer natürlich Polen, äh, klar, geht nur irgendwie durch. Aber ich glaube, irgendwie eher weniger. Daher kann, könnte das, äh, kann ich vielleicht ein paar mehr Memes irgendwie verwenden. Aber, dafür soll die auch motiviert sein. Und gerade ist echt Sommer. Bist du dich warm? Und da möchte ich eher Bock, andere Sachen. Bist du dich räum auch gerade ein bisschen auf bei mir zu Hause? Bin ich eher da, so ein bisschen beschäftigt, anstelle halt, äh, Burgenfolgen aufzunehmen. Hab ich ja schon mal erwähnt. Aber hier auch ganz viel Deko und, ja, ich kann da einfach nichts zu sagen. Das ist ja nun mal gut gebaute Burgen. Viele Menschen haben sehr viele gut gebaute Burgen. Bist eigentlich im, im, im Eis relativ nah. An dem Eis war das nicht. Eis muss auf jeden Fall nur 300 Felder. Und du schickst mir keinen Stein und Holz vorbei, damit ich nicht plündern brauch. Da sieht man es mal wieder. Da will man einmal von den Zuschauern eine Nettigkeit zurück und bekommt kein Holz und Stein geschickt. Ihr seid alle so gemein zu mir. Ach, wenn ich mehr spielen würde. Ah, ist auf jeden Fall alles Gute da. Auch mit den ganzen Grundspeichern und so weiter. Mauer und alles. Sehe ich jetzt nichts. Schön ausgebaute Burgen. Natürlich könnte ich jetzt irgendwo sagen, ey, kannst du die Deko ja schon mal wieder erweitern? Ja, natürlich, kannst du die Deko aber auch nicht erweitern. Was war ich für eine komische Flagge hier? Seltsame Flagge. Okay, weiß ich nicht, ob ich mir die so reinballern würde. Äh, da, 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 da. Finde ich nichts, wo ich jetzt sagen könnte... Manchmal das Format, das manchmal auch so ein Meckerformat ist. Ja, ey, du, du meckerst auch ständig nur. Ja, kommt schon manchmal vor, dass ich meckere. Äh, manchmal mehr, manchmal weniger. Okay, gut. Ja. Hier habe ich jetzt auch nichts. Ich könnte mich jetzt natürlich nochmal zehnmal wiederholen. Macht das wirklich was? Nein, also, die Burgenfolge geht jetzt erstmal in Pause, in Sommerpause. Wird dann, denke ich mal, irgendwann im Herbst oder so wieder weitergehen. Ihr könnt euch natürlich schon darauf bewerben und könnt sagen, ich möchte gerne in die Burgenfolge rein. Wird dann aber erstmal, wie gesagt, Sommerpause gehen und wird dann im Herbst oder was weiß ich, was auch irgendwann dann wieder weitergehen. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr hier alle mit zugeguckt habt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall sagt der Ekto Wolle und bleibt natürlich auch alle gesund. Das ist natürlich wichtig. Tschüss.